Es ist soweit, ein neuer Monat und ein neuer Cash- und Quote-Award. Dieses Mal mit dem Thema Fake-Identität im Netz. Alles Fake, alles Netz. Im Internet und in den sozialen Medien gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, irgendjemand anders zu sein. Wie viele Identitäten habt ihr denn? Manchmal hat man es ja sogar mit Roboter zu tun. Nutzt alle Möglichkeiten. Die Welt ist groß, sie ist bunt. Wir wollen einfach alles sehen, egal ob Sketche, Statements, Animationen oder auch den Kurzfilm. Wir nehmen alles. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Einsendung. Bis zum Donnerstag, den 17. August, habt ihr Zeit. Sag mal, bist du immer noch auf Finder? Ja, aber da sind eh nur Faker unterwegs. Sag mal, bist du jetzt ein! Entschuldigung, bist du nicht. Paula firearm, bist du immer noch auf juez. Wenn ja irgendwann mal hier MRG. Herr Dur italien wahrscheinlich gibt es Probably total Nur zu sein. Bis zum He schreiben.